Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, und in dieser Folge müssen wir wohl oder übel mal Steine tanken gehen. Äh, und, äh, ja, das werden wir dann, denke ich, auch direkt Touhen mit, äh, einer Bärerolle. Flutsch. Äh, und, ähm, ja, gucken wir mal gleich mal, was wir verkaufen können und was nicht. Ich, äh, ach so, Lager, Lager, genau. Ich, äh, muss ins Lager wegen Tränke. Äh, sonst, äh, ertrinke ich ohne Tränke. Das ist doof. Ich hab zwar noch den hier, aber der ist ja auch nicht ewig haltbar. Äh, und, ähm, das muss ja nicht sein, dass wir den alle machen. So. Also, erst einmal hier hin. So, so, so. Äh, so weit, so gut. 16 Prozent, das ist nicht mehr wirklich viel. So, und dann, äh, das weg. Noch. So. Das weg. Äh, was haben wir denn noch? Noch schönes, was, äh, einfach mal so weg kann. Äh, äh, ja, äh, ja. Wölz des Poseidon. Das Kostüm. Ähm, kann ich das eigentlich ins Lager legen? Charakter gebunden? Charakter? Nee, schade. Ähm, gut, das Zeug behalten wir erst mal. Äh, weiter geguckt, weiter geguckt, weiter geguckt, weiter geguckt, weiter geguckt. Ähm, wir haben hier... Ich mach die mal auf. Ihr kennt das ja. Sorry, Leute, aber das muss sein. Heute ist, äh, keine Verkauffolge, äh, sondern eine, äh, ich mach mal, äh, kurz Karten auf und verkauf dann alles, weil ich's schon habe. Folge. Also, Kampfschnauze aus dem Tal. Ein friedlich dreinblickender Vlugel aus der KH-Schlucht. Er fliegt genauso gut wie ein Pinguin. Höchstens auf die Schnauze. Ich glaub, hatte ich schon gelesen. Nichtsdestotrotz klingt's gut. Äh, so. Äh, Scheller aus dem Tal. Ein Scheller mit starkem Horn, da bin ich mir nicht sicher. Auf der registrierten Karte sind gleich, nur kurz, weißt du was, komm. So, äh, auf der registrierten Karte sind mehr Sterne, ne, dann sowieso nicht. So. Äh, mal ganz kurz gucken. So, okay, äh, äh, ja, ja, höchstens auf die Schnauze kennen wir. Und hier haben wir noch eine. So viel haben wir gar nicht eingesammelt. Interessant, interessant. Gut. Scheller mit starkem Horn. Äh, kaufen. Verkaufen. Äh, Bogen des Plitzes brauchen wir nicht. Schwert brauchen wir nicht. Ähm, den Staub behalte ich mal nach wie vor. Äh, ha. Äh, ha. Das raus. Äh, Gladi-Rüstung genauso wenig wie diese hier. Diese hier, diese hier. Wie gesagt, ich guck nur, eigentlich nur für mein Zeugs. Wenn irgendwo was dabei wäre, könnte man sagen, joa, hebt man auf. Ähm, muss jetzt aber nicht sein. Bolzen hat den Titel Fiesta-Liebhaber verdient. Na, herzlichen Glückwunsch, Bolzen. Wieso bin ich jetzt Fiesta-Liebhaber? Ich, ich hab doch gerade erst eingeloggt. Hm. Natürlich stimmt das auch so. Insofern, ähm, ja, hab ich mir den Titel zurecht verdient. Okay. Ich bin Fiesta-Liebhaber. Ähm, toll. Also, ne, ich nicht. Bolzen natürlich, ne? Bolzen. So. Ähm. Sehr, sehr interessante Sache. Ähm. Ja. Ich dachte, den bekommt man, wenn man eine Geweile eingeloggt ist. Ich dachte immer, da muss man dauerhaft eingeloggt sein. Hm. Nun gut. Ähm. Und offensichtlich, äh, hat sich da was geändert. So. Die Bärrollen können weg. Weißt du was? Das Gemüse halt doch. So. Dann hätten wir hier noch. Adelia-Rollen können auch was. Haben wir ja noch, äh, mehr als genug einstecken. So. Okay. Soweit, so gut. Ähm. Ich bin, äh, vom Reit hier runter. Das heißt, ich werde mal hier einmal, ähm, sortieren. Sehr schön. Werde das hier auf anstellen. Und dann gehen wir erst mal gucken, ob wir überhaupt noch ein paar Tränke irgendwo rumliegen haben. Ähm. Lager ist da hinten. Okay. Ähm. Ja. Äh, ich kränke ein wenig. Ich hab, äh, entweder ist das der Heustupfen und der, äh, ist mir in die Nase, also, 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 hinten in den Rachen gelaufen. Und deswegen kratzt sie im Hals. Ich hab noch jede Menge T5-Tränke, sehe ich gerade sogar. Uh. Schön. Ähm. Bestimmt von Darkie, Lily und, äh, Elu, ähm, in letzter Zeit, äh, noch aufgehoben, weil sie mich, äh, damit, äh, ja, sag mal mal, versorgt haben. So. Und so. Und, äh, so. So, so, da komme ich erst mal eine Weile hin. Die, äh, restlichen kann ich erst mal im Lager lassen. Und dann haben wir da auch noch jede Menge T4. Äh, was will man mehr? Ja, mehr wilden wollen, könnte man nur, könnte auch, äh, bei Gelegenheit echt mal hier, plus 3, plus 4, plus 4, das Ding noch ein bisschen erhöhen. Ähm. Und bei den anderen sieht es ja nicht ganz gut aus. Das Herz des Ozeans eventuell noch. Müssten wir mal bei Gelegenheit gucken. So, erst mal das Fleisch raus. Bei Fleisch. So viel werde ich wahrscheinlich im Leben nicht brauchen. Aber naja, gut. Was da hast, hast der, wie es ja schön heißt. So, und so. Okay. Was ist das eigentlich? Äh, äh, Magierin 120. Das hätte ich schon längst mal einleiten können. Vorausgesetzt, wir haben Herz des Ozeans 120. Äh, äh, du bist Ohrringe, genau. Ohrringe ist hier. Max HP, Max HP. Äh, und hier ein bisschen mehr. Aber Magie Schaden, Magie Widerstand ein bisschen, was uns überhaupt nichts nützt. Ähm. Ja, gut, dann lassen wir das Herz des Ozeans. Äh, und, äh, die, äh, anderen können wir auch wieder verkaufen. Schön. Juhu. Hatte ich, glaube ich, irgendwann mal irgendwo bekommen für billig Geld. Und, äh, jetzt, äh, oder, 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 oder gefunden. Das kann auch sein. Äh, und, ähm, naja. Ja, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Was soll's? Also, unser Ziel wird es sein, äh, erstmal zu gucken. Äh, Kampfabzeichen Allmächtiger Held. Ja, hier ist nichts dazugekommen. Ähm, unser Ziel wird es sein, äh, zu gehen. Und zwar, ähm, Hust, rein. Wie spät haben wir es denn? 24. Äh, was sagt denn hier die Zeit? Äh, Valentinstag Florenzis. Ja, nee, mach ich nicht. Sorry, Leute, äh, Valentinstags Quest. Erstens sind die sowieso fast. Fast wieder weg. Und zweitens, nö. So, und, ähm, Kaku wollte ich eigentlich gucken. Genau hier rein wollte ich. Äh, wann die nächste... Ingen ins Kaku ist. Mächtiger Krieger, 25. Nee, das schaffe ich nicht. Ähm, na gut. Weil ich muss dahinter eh noch aufnehmen. Äh, nämlich Herr der Ringe. Die wird, äh, tatsächlich gestern noch gebraucht, die Folge. Äh, darum werde ich die heute noch aufnehmen, damit ich die gestern rauskriege. Äh, und, ähm, ja, aus diesem Grund, äh, geht's nicht so. Ansonsten, ähm, kurzes Update. Artikel, ähm, 13, beziehungsweise Urheberrechtsreform. Mittlerweile hat sich, glaub ich, der, äh, Schleswig-Holsteinige war das. Äh, Landtag, äh, inklusive CDU. Also fast einstimmig, bis auf eine einzige Gegenstimme, äh, von der AfD. Äh, aber auch sonst, äh, ähm, halt fast einstimmig dagegen ausgesprochen. Äh, gegen, äh, äh, den Uploadfilter, gegen Artikel 13, etc. Pipi. Dass Wikipedia, äh, ähm, sich, äh, runter, oder dass Wikipedia einen Tag schwarz zeigt, äh, gibt's auch. Es gibt auch mehrere Seiten, die das ebenfalls schon angekündigt haben. Fragt mich jetzt nicht welche. Auch, äh, wurde halt von, äh, Lernmittel.de, äh, äh, diverse, äh, ja, ein offener Brief, äh, veröffentlicht. Der da halt, ähm, eben auch, äh, an die, ähm, ja, Abgeordneten geht. Woherin es halt darum geht, dass eben auch solche kostenlosen Lernmittel dadurch doch durchaus erschwert werden. Wegen, hast du nicht gesehen, Urheberrechten und so weiter und so fort. Und, ähm, man muss sagen, der Widerstand wächst. Ich hoffe, das bleibt so. Ich hoffe, das wird weiterhin so werden. Äh, werden auch nach, noch immer mehrere Demos oder mehr Demos angemeldet. Das sind, äh, hoffentlich einige. Ja, das letzte Wochenende war ja, äh, in Köln jetzt nicht ganz so viel los. Dem Wetter hoffentlich geschuldet. Ich hoffe mal, es wird strahlender Sonnenschein am 23. Damit es sich auch lohnt und möglichst viele, die, äh, es abschreckt, einfach auf die Straße gehen. Und selbst wenn ich, Leute, selbst wenn es, äh, äh, Kübel, äh, also kübelt auch wie aus Eimern. Oder, also regnet halt wie, wie, wie nichts Gutes, selbst wenn ihr Forellen vorbeischwimmen seht, äh, vor eurem Gesicht. Wenn es so stark regnet, selbst dann erwarte ich eigentlich, dass, dass alle rausgehen. Weil, wie gesagt, einmal bei schlechtem Wetter draußen, das, das sollte schon sein. Ich hoffe mal, äh, dass wir das hinkriegen und dass, äh, die Zahlen, die prognostiziert sind, äh, zum Beispiel Berlin, so über 10.000, äh, auf der Straße. Ich hoffe, dass das erreicht werden kann. Äh, ich selbst werde nach Dresden gehen, habe ich ja schon gesagt. Äh, aber, ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, strengt euch an, äh, irgendwo in der Nähe bei euch ist auch eine. Ähm, wenn ihr, sag mal mal, noch nicht erwachsen genug seid, äh, allein hinzugehen, äh, dann guckt mal, äh, dass er es so hinbekommt. So, ähm, der Rizzo, der ist bestimmt wieder, äh, an Dingens, äh, Farmen, an Karten. Insofern, ähm, 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 werde ich mich mal hier unten betudeln und ihm immer, äh, ein oder zwei, äh, Schnauzen mit dalassen. Äh, das dürfte auch gehen. Dann werde ich hier hinten, äh, die Ecke machen, äh, weil das letzte Mal hat er sich ja direkt, war doch eher, äh, ne? Äh, der sich dann relativ schnell verabschiedet hat, äh, weil, wegen, ist so. Und, ähm, naja, und das will ich, äh, ich will ihn nicht vertreiben, sagen wir es mal so. Äh, und deswegen, äh, ja, deswegen lasse ich ihn mal raus, wenn, wenn, wenn er wieder, äh, Gruppe will, kein Problem. Ich weiß natürlich nicht, ob ich die vertrieben habe oder einfach nur Dingens und... Die Lacks waren schon heftig gerade. Dabei fällt mir ein, ich sollte vielleicht auch, wenn ich schon Tränke mitnehme, ich meine gut, jetzt hat es mir wahrscheinlich sogar das Leben gerettet, aber wenn ich schon Tränke mitnehme, sollte ich die da auch reinsetzen. So. 20 Schluchtenstellers haben wir schon. Schluchten, Kampfschnauzen noch nicht ganz so viele, logischerweise, aber das kriegen wir auch hin. Wie gesagt, ich werde mich jetzt hier auf der Seite ein bisschen betüdeln. Die 5 Minuten, es lohnt sich eh nicht, irgendwie eine Gruppe zu machen, weil, wie gesagt, in 5 Minuten bin ich wieder weg und bevor ich den Ritzo vertreibe, das wäre doof. Wenn, dann würde ich das eh nicht tun, ne? Wenn, dann eh Gruppe, aber das letzte Mal ist er halt so schnell verschwunden, weil es halt immer schwierig ist, dem, ähm, ja, dem Magier mit dem Krieger zusammen zu vereinen. Wisst ihr ja. So. Nichtsdestotrotz, äh, ich sehe gerade übrigens, ähm, noch 10%, dann hätten wir dieses Level aufgeschafft. Äh, dann könnten wir theoretisch die andere, ähm, WDH machen. Allerdings braucht es da wohl der Robby für und da habe ich wohl noch keine und, äh, das heißt wohl, äh, dass wir wohl oder übel, ähm, ja, auch häufiger oder die meiste Zeit hier sind bei diesen Schluchtenstellers. Naja, was willst du machen? So, die Schellers haben wir übrigens fertig. Das heißt, wir könnten mal noch ein paar, äh, äh, Kampfis mitnehmen. Äh, so. Äh, lullullullull. Äh, ich nehme mal die hier hinten noch mit, die zwei, und die anderen lasse ich dem Ritzo. Äh, damit er, ähm, keine Probleme kriegt. Äh, so. Und auch, sag mal, in aller Ruhe Karten farmen kann. Wenn er immer noch Karten farmt. War doch derselbe, ne? Ich hoffe es doch. Nicht, dass ich den jetzt verwechsel. Wäre ja, gut, wäre ja auch nicht nur das bei mir. Ihr kennt mich doch. So. Und so. Und noch zwei. Sehr schön. Immerhin, eine Runde haben wir dann geschafft. Ich sag ja. Entweder, wie gesagt, eine richtige Erkältung oder irgendwie das Zeug, auf das ich allergisch bin. Hat den Schnupfen ausgelöst. Der läuft hinten in den Hals und macht jetzt auch ein bisschen da. Bäh. Naja. Ich hab jedenfalls angefangen, meine Allergietabletten da zu nehmen. Die Zitere ziehen oder wie sie heißen. Um da wieder vorzusorgen. Aber, naja. Muss man durch. Muss man durch. So. Wie sieht's eigentlich bei der Cam aus? Ja, Cam sieht gut aus. Äh, die neue, das neue Rollo scheint sich zu bewähren. Ich mein, gut, heute ist jetzt eh nicht so das Wetter. Insofern, äh, würde eh nicht so viel durchscheinen. Aber, ähm, ja, ich find's gut. Ich find's gut. So. Und flumm. Flumm. Und flumm. Und flumm. Ja, ich weiß. Mehr sag ich heute nicht mehr. Äh, irgendwas ist da getroppt. Zum Beispiel bin ich schon noch best den Zahn. Also für die Szene dieser Art kehre ich gerne, äh, immer wieder um. Der Regen ist mir scheißegal, aber der Zahn, äh, der Nisch. So. Wir haben, ähm, also im Prinzip, äh, 121, 122. Also, ja, wie gesagt, wir nähern uns mit, äh, ganz langen Schritten, äh, dem nächsten, äh, ja, Level. Und, äh, danach dem nächsten, nächsten. Und dann dem übernächsten. Rizzo. Rizzo rennt noch rum, okay. Äh, sonst hätte ich mir jetzt alle geschnappt. Aber, nein, solange Rizzo noch da ist, äh, nehmen wir mit denen hier vorlieb. Muss auch reichen. So. Äh, so, Schellers haben wir. Mal gucken, ob das reicht. Ansonsten muss ich mir halt nochmal holen. Aber, ja, genau. Genau einer fehlt, wie immer. So. Nehmen wir aber erstmal alle Schluchtis mit, die ich hier so finde. So, hier. Llelele, fünf. Sagen die schlimm. So, eine Schella. Sechs, sieben haben wir. Äh, acht. Na ja, immerhin die Hälfte. Das brauche ich ja schon mal. So, Rizzo. Oh, guck mal. Besschenzahn. Nehme ich mit. Äh. So, ich lasse Rizzo wieder seinen Platz. Äh, so. Und, äh, so. So, Schellers haben wir voll. Äh, und so langsam kommen auch die Schnauzen wieder. Das ist sehr schön. Und, äh, dann kann ich, ja, in aller Ruhe schnauzen. Und, 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 du weißt schon. So. Okay. Ähm. Wann das Stück von den Schnauzen. Und dann hier nochmal alles mitnehmen, was da ist. Und ich glaube, das werden wir dann auch erstmal dabei belassen. Wir nehmen, äh, wir geben die hier noch ab. Und, äh, werden dann, äh, in aller Ruhe, äh, die Folge beenden. Ist nicht so viel geworden heute. Aber, ähm, naja, zählt halt nix. Muss ja auch mal sein. Also, 19. Wannsicht. Schön. Lülülü. Lülülü. Lülülülü. Lülülülü. Lülülülülü. So, ich bin soweit. Und, äh, kann, äh, in aller Ruhe. Lülülülü. Weiterhin verdächtig. Äh, Quest beenden. So. Und, äh, weiterhin verdächtig. Zip. 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 Und, äh, ja. Das war's für heute. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne. Tschöööö. Vielen Dank.